Einen schönen guten Tag, hier ist Magenessi Zockt auf Transportfieber. So, den Bahnhof haben wir jetzt mal fertig. So, die Stadt braucht ja noch Busse. Ja. Ohne Bus nix los. Gut, machen wir mal schnell. So. Was nehmen wir denn? Was Großes, Was Kleines, Was Süßes? Nee, das ist die Polizei. Das ist nur Tram. Nee, das ist zu groß. Das ist ein Tram und Bus. Wie groß bist du denn eigentlich? Warum nicht? Gut, dann reißen wir das hier mal ab, das Stück hier. Bauen wir das mal hin. Drehen wir das noch ein bisschen? Andersrum. Aber es ist nur viel Tram, stimmt's? Ja, es ist nur viel Tram. Okay. Okay. Tram wollte ich nicht haben. Ich wollte mit dem Bus haben. Gut. Nein, Autobahnkreuze haben wir noch nicht. Wollen wir noch nicht. Nehmen wir lieber das hier mal. Gut. Das wird ein bisschen zu groß sein. Gut. Okay. Okay. So, müssen wir den Schaden hier mal weg machen. Was wir hier da gemacht haben. So. Okay. Jetzt wollen wir noch. Nee, ist halt das hier. Buslinien. Bin ich mir gut hier an. So, eins. Zwei. Drei. Okay. Und hier in der Mitte machen wir noch eins. So. Bauen wir noch ein. Bus. Tee. Puh. Warte mal. Ich will ihn noch einmal abspeichern. Ich hab das vergessen. Das machen wir lieber. Ja, wir haben das schon so spät. So, ich nehme mir schon zwei von vorher schon mal ein bisschen auf. Au. Ja. Dann haben die hier mit. Oh. Okay. 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 Ich muss mir doch das nehmen. Schade. Oh, ich lasse ihn einfach da stehen. Wir bauen hier noch ein Depot hin. Ein stinknormales Depot. Wow. Gut. Eine Linie braucht. Eine neue Linie. Gut, von da geht's los. Wir müssen raus. Noch ein bisschen. Sehen wir das besser hier. Genau. Und gehen hier wieder zurück. So. Okay. Dann haben wir schon die Außenlinie. Und das nehmen wir Bus Leipzig. Bus. Genau. Bleib. Äh. 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 Bleib. Genau. Und sich. So. Linie ist drin. Ne. Wunderbar. So. So. Personen Bus. Moment. Guck mal, was wir alles da haben. Was Neues. Wir nehmen die Orangen. Genau. Aber die wollen. Rot. Neun. Reicht. gut. Gut. Ja. Toll. So. Ok. Da sind die neuen Busen. Schöne. Und wie fährst du lang? Hallo! Was ist denn jetzt los? Was ist denn jetzt los? So! Auch eigentlich nicht! Ja, sieht schön aus! Gut! Dann haben wir das auch gemacht! So, die sind jetzt unterwegs. Die Busse, wir machen hier nochmal noch, wir helfen nochmal für die Stadt ein bisschen. Ja, das muss ich auch nochmal reinmachen. Wir suchen... Wo ist denn meine Stadt? Ah, weiße Lady! Und noch mehr Züge! Geht sich jetzt schön aus! Jo! Aber was wir jetzt machen müssen, wir müssen gute Fakiertreiber machen! Aber ohne Busse! Gut, wir gehen mal hier lang. Und gucken mal nach, wie wir da reinkommen tun. So! Und hier machen wir genauso! Aber hier kommen wir nicht rein! Das ist ja blöd! Aber hier kommen wir rein! Aber hier kommen wir rein! Ah ja! So! 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 Dann helfen wir mal ein bisschen mit, die Stadt hier! Okay! Kann so bleiben! Und du kommst denn so rein! So! Gut! Den Rest muss ich das alleine jetzt machen! Gut! Was wir jetzt machen müssen! So! Hier ist ein Bauer noch! Und jetzt brauchen wir hier nur noch... Leute! Was sagt ihr mir das? So! Kommen die Felder hier weg! Wir müssen jetzt einen Güterbahnhof filmen machen! So! Was haben wir denn da? Ah! Den haben wir auch jetzt wieder! Sollen wir den hier nehmen? Nein! Wir nehmen den hier! Gut! Ähm! Sieben Gleise! Nein! Wir nehmen doch nicht den! Wir nehmen doch den hier! Lieber! Gut! Dann drehen wir uns mal rum! Und zwar gibt es noch keine drum! Wie immer! So! 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 Dann bauen wir die Straße mal um! Aber ich muss nur kurz abgerissen sein! Okay! So! Dann machen wir mal eine neue Straße! Eine kleine! Nein! Jupp! 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 Wie schnell fährst du denn? 60! Nie! Ja! 80! So! Wann? Wir müssen das jetzt mit Güterverkehr machen! Gut! Und dann gehen wir... Ach man! Das mache ich denn jetzt hier! Wir nehmen dann hier raus! Okay! Der Bauernhof ist ja in der Nähe! Der ist hier! So! Wattest du! Ah ja! Du hast keine Straße! Oh! Super! Möglichkeiten! Dann machen wir doch mal ganz viel! Machen wir die hier! So! Ja! Bitteschön! Gut! Dann hat sich das auch erledigt! So! Hier kommt ein großer Druck! Ein Groch! Der geht leider nicht! Das weiß ich! Leider nicht! So! Warten wir mal! Warten wir mal! Womit! Aha! Aha! Warum nicht? Geht noch mehr? Nein. Ohne Mauer oder mit Mauer? Gut, wollen wir mal kurz die Straße ein bisschen abreißen? Dann nehmen wir dich doch. Mal was jetzt mit neu. Gut. Okay. Oh, hier mal was anderes hinten. Bestimmt. So. Aha. Fast jetzt bitte selber hier. Oder nehmen wir diesen hier. Moment. Ich will dich schon ein bisschen gerade haben. So. Ja, du bist angenommen. So, ich will mich mal gucken, ob du auch angenommen wirst. Ja, du bist auch angenommen. Okay. Okay. Dann holen wir mal. Ja, gut ja. 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 Ja, erstmal nochmal ein Depot. Depot. So. So. Neue Linie zeichnen. So. Hilfe hier. Nach dort. Gut. So. Komm mal wegnehmen. Ja. Lkw. Wie heißt das nochmal? Wie heißt das nochmal? Getreide und... Vieh und Getreide. Stimm's genau. Ja. Ja. So, ich mache das immer so. So kann ich mich nicht verschrieren. So, Getreide. 3D und Vieh So und ich schreibe mir lieber noch mal Oh man, NO! LKW NG Was ist da? Das war ganz gemein, geht rein Oh NO! Was soll das denn? Was machst du denn mit mir? Ich schreibe hier in die Zeit und das funktioniert hier nicht Das darf nicht wahr sein, oder? So Geh rein Geh und Ach, ich hab' nicht groß gemacht Dankeschön Vieh Leipzig Leipzig Ne, da schreibe ich nur Getreide und Leipzig und Segel zum Partieren So So Doch, Leipzig, machen wir doch Leipzig Dann weiß ich wo ich bin Dankeschön Spiel Gut, schön Schöne Züge So So Und jetzt nochmal rein So 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 bin ich denn So da Genau, verkehrt wieder rum So Leipzig So Wo bist du blöd? So Und Leipzig Ich hab' richtig geschrieben Nein Aber jetzt So 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 Hier holen wir mal LKW Wie wollen wir denn? Wie wollen wir denn? Wie wollen wir denn? Wie wollen wir denn? Es dauert ein bisschen Ich weiß nicht warum immer Ach jetzt So So Güte Was kannst du Nein Nein Du kannst gar nichts Und du Ähm Nein Nein Du kannst Getreide Und du kannst nur Vieh Das ist ja blöde Und du kannst nur Heils Sehr Und du kannst nur Heils Gut die nehmen wir hier 5 Stück Fünf... und hier fünf Stück. Mal gucken! Und das geht, dude! So! So, dann fahren wir mal langsam raus hier. So, wir fahren jetzt eine große Weite Fahrt und wir müssen... ja, wir haben jetzt eine Zeit, Genie nun da verlegen. Und wir nehmen die Schnellen wieder. Okay. So. Okay, mal gucken, wie die Titan uns schaffen tun. Ja, ich weiß schon, wo wir reinkommen, wo wir raus wollen. Wir wollen da hinten raus. Jupp, und hier müssen wir mal ein bisschen hochbauen. Okay. Aber bitte noch ein bisschen runter hier. Jut. Jut. Okay. Lassen wir das so hier? Okay. Okay. Dann stürmen wir hier, okay. Und wir müssen jetzt hier runter. weiter. Okay. So, noch ein bisschen... Wo bin ich denn eigentlich? Oh Gott! Nein, das kann man nicht machen. Wir müssen jetzt viel, 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 viel Ruhe runter. So. Ach, man kommt hier nicht runter. Gut. Ah, man kommt hier nicht runter. So. 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 genau so machen wir gleich einen bahnhof hin denselben nochmal oder sagen wir den plus nehmen den plus auch sieben gleise gut 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 dann können wir die ganze Schose wieder abreißen und das geht hier nicht wir müssen noch okay wir müssen gleich auf der Brücke bleiben okay wir müssen die Brücke nochmal ganz total normal abreißen okay wir müssen die Brücke bleiben die Brücke bleiben die Brücke bleiben die Brücke bleiben Aufgeschüttet So Okay, machen wir jetzt den Wischmuck Gehen wir mal ein bisschen kleiner So Wenn der gleich wieder schöner aussehen wird Machen wir ein bisschen kleiner So So Gut Signale und Anhand Das machen wir später Ja, wird schon bearbeitet Wow Warum nein Ja, ich weiß Ich will es noch keinen Strahler Viel ist bei Dankeschön Sagen wir, was ich machen muss Irgendwann auch noch mal auseinander Na, toll Okay Wir sagen, es war ein Tschüss mit dem LKW Das mache ich jetzt ganz schnell Und dann sagen wir dann Tschüss Bis zum nächsten Mal Euer Nessi Zugtja Tschüss Tschüss Untertitelung des ZDF, 2020